Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Aplectel Requiem. Nee, nee, es gibt kein Zurück. So, wir gucken mal eben, wo hier überall Feinde lauern. Okay, er sieht uns nicht, das ist schon mal gut. Ah, warte, ich gehe mal eben besser hier links. Oder ist ein Bolzen, oder ist ein Messer? Warte, äh, nee, halt. Äh, Ich würde gerne ihn ausschalten, er hat nämlich keinen Helm dabei. Und er da hinten auch nicht, ne? So, wo ist er? Da ist er. Sieht uns hier jemand? Äh, warte, oh, ich bin mir nicht sicher, warte mal, ich muss noch mal eben. Guck noch mal eben. Nochmal. Da ist er. Guckt er in unsere Richtung? Ich sehe das nicht. Er guckt in unsere Richtung, ne? Warte, ich muss kurz, nee, doch nicht. Oh, jetzt aber. Shit! So, warte. Den holen wir uns. Den holen wir uns. Okay, so. Truhe. Aber ich muss vorsichtig sein. Okay, da ist keiner. Okay, kannst du einmal hier das mitnehmen? Okay, da ist einer. Das heißt, da sollten wir auf jeden Fall nicht durch. All right, und da war noch einmal einer, ne? Genau, und der guckt in unsere Richtung. Was gar nicht gut ist. Weil ich glaube, da müssen wir auch durch, ne? Oh, warte. Könnte ich ihn sonst irgendwie ablenken? Da ist auch noch was. Das würde ich auch noch gerne mitnehmen. Oh, warte. Warte, 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 warte. Und der Typ da vorne, der hat auf jeden Fall einen Helm. Den kriegen wir nicht mal so eben los. Ah. Der hat auch einen Helm. Verdammt. Ich dachte, der hat keinen Helm. So, warte. Was macht der jetzt? Ich hoffe natürlich nicht, dass er... Okay, er haut aber zumindest von da ab. Ah, jetzt ist nur die Frage. Lauert hier hinter jemand? Oh, verdammt. Warte. Ich glaube, jetzt können wir hier durch. Okay, habe ich noch einen Bolzen? Nein, ich habe natürlich keinen Bolzen. Oder geht es da irgendwo links? Warte mal. Ich bin mir gerade unsicher. Da ist auf jeden Fall was zum Ablenken. Oh. Ups. Oder müssen wir da links? Ich glaube, wir müssen da links, ne? Ich bin mir nicht sicher. Oh, 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 oh. Das war sehr knapp. Vergiss es. So, einmal hier runter. Oh, 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 oh. Das war knapp. Okay, jetzt geht es nicht längs. Wir müssen irgendwo da hinten längs. Wo der Typ vor der Tür steht. Und ich habe keine Ahnung, wie ich den loswerde. Ich würde natürlich am liebsten hier irgendwie einen Bolzen finden, aber ich weiß nicht, ob hier ein Bolzen ist. So, und ich habe auch keinen Topf zur Ablenkung. Also es wird verdammt schwer hier. So, wo bist du jetzt? Gehst du jetzt... Hier längs? Ja, er geht hier längs. So, wir umkreisen ihn einmal. Hä? Was? Wie hat er mich denn jetzt gesehen? So, na gut. Eieieieiei, es ist nicht so einfach. So, ich würde mir auf jeden Fall gleich einmal das Messer schnappen. So, genau. Einmal hier. Okay, die Truhe nehmen wir auch mit, aber ich weiß immer noch nicht genau, wie ich an den Typen da vorne vorbeikomme. Das wird nicht einfach werden. So, ich muss mir eben warten, bis der da hinten weg ist. So. Nehmen wir eben die Truhe. Zack, 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 zack. So, einmal schnell wieder in Deckung und... Ah. Ihn müssen wir irgendwie ablenken. Ich weiß aber nicht, wie. Von hier werden wir das nicht schaffen, weil... Es ist zu weit weg. Wir müssen, glaube ich, auf die andere Seite. Okay. Okay. Okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich will jetzt keinen falschen Schritt machen. So, er ist da. Ich warte mal kurz, bis er weg ist. Aber er geht auch nicht weiter, ne? Oder? Ne. Wir müssen auf ihn aufpassen. Okay, er geht da längs. Das kam von Peer. Haltet sie auf. Sie kommen. Einbringende, komm mit. Äh, warte, warte, warte. Oh, schiss. Du hattest deine Chance. Komm mit. Gebe so hoch. Wo ist die Fakten? Mamie ist hier. Mamie ist hier. Okay, wir müssen hier nochmal längs. Jetzt ist nur die Frage. Okay, hier ist alles gut. Aber da ist einer. Hat der einen Helm oder hat er keinen Helm? Okay, wir müssen kurz warten. Ich hoffe, er kommt nicht hier längs, oder? Äh, wo ist er jetzt? Ach so, er ist da. Oh, 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 oh. Okay, einmal schnell hier links. Und er ist der mit dem Helm. Ich würde natürlich am liebsten noch die Truhe mitnehmen, aber ich habe auch keine Lust. So, ich warte kurz, bis sich wieder alle beruhigen. Und dann glaube ich, können wir ihn vielleicht ja mal ablenken. Warte mal, kann ich an ihn vorbeischleichen? Ja. Will ich es riskieren, die Truhe zu holen? Nein, ich will es nicht riskieren. Ich gehe lieber hier jetzt durch, damit wir hier rauskommen. Oh, 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 oh. So, ich sehe aber gar keine Feinde. Ja, aber ich glaube nicht, dass das... Äh? Ich wundere, dass das hier echt so leer ist. Oh. Hätte ich mal nichts gesagt! So, ich wundere, dass du in der Roten Stadt viele getötet hast, mehr als ich sollte. So, ich warte mal kurz. Ich muss ja erst mal die Lage checken. So. Ich kann es nicht genau erkennen, aber ich glaube, der trägt einen Helm, oder? Mh, da oben ist auch einer. Ah. Ich glaube, das wird nicht einfach, hier durchzukommen. So, er geht da. Ich frage jetzt, sieht er uns? Nee, hier, hier sind wir auf jeden Fall safe. So, er hat einen Helm. Der da oben hat keinen Helm. So, das ist auch ein Topf, den würde ich natürlich auch gerne mitnehmen. Warte mal, kriege ich den von hier? Ja. Okay, ja, der kurz Verdacht geschöpft, aber ich glaube, jetzt mittlerweile ist alles wieder gut. Äh, ja, ich würde mal sagen, ne, wir gehen einmal... Ich hoffe natürlich nicht, dass er sich jetzt umdreht. Oh, warte. Schnell. Und... Nicht umdrehen, bitte nicht umdrehen, bitte nicht umdrehen. Was ist das? Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Alter, war das knapp. Warte mal, ist das da hinten Thea? Ich bin mir gerade nicht sicher. So, hier ist noch einer ohne Helm. Das ist schon mal sehr gut. Den werden wir uns gleich einmal schnappen. Oh shit, hat er jetzt die Leiche entdeckt? Nein. Hier ist nix. Äh, warte. Hier verarscht uns doch jemand. Überlass das mir. Ich hab keine Armbrust. Äh... So, dann versuche ich's mit dir auch nochmal. Könnt ihr mich nicht einfach mal in Ruhe lassen? Nein, 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 nein. Runter. Runter. Ich komm hier nicht runter. Verdammt, warte, warte. Das ist ja noch nicht. Nein, nein. Oh, oh. Ah. Ist das eine Kirche? Weiß nicht, aber wir sind ausgeliefert. Da ist es vielleicht sicherer. Okay. Okay, er hat einen Helm und er da oben hat aber kein Helm. So, ich warte mal kurz. Und er guckt gerade zu uns, das ist gerade sehr ungünstig. Okay, ich muss kurz warten, bis er weg geht, weil wenn ich den oben töte, dann sieht das natürlich sofort. So, ich riskiere es mal. Ich hoffe natürlich nicht, dass sie jetzt hierher kommen, aber... Oh, ich denke mal, wir sind hier im Moment noch safe. So, wir müssen natürlich wieder warten, bis sich die Lage beruhigt hat. Er ist wirklich tot. Ja. Dafür wird jemand büßen. Ich hoffe nicht ich. Aber die scheinen nicht hierher zu kommen, oder? Kommt er hierher? So, da ist auf jeden Fall auch noch einer ohne Helm. Den werde ich mir auch als nächstes schnappen. Oh, shit. Nein, 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 bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Jetzt ist die Frage, dreht er sich links rum oder rechts rum? Er dreht sich links rum, ein Glück. Bitte lass mich hier ruhig. Oh, bin ich hier durch? Ja, oh Gott. Ah, alles klar. Äh, ist das da unten her? Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, wir müssen kurz warten, bis er wieder weg ist. Ah, zumindest haben wir schon mal ein paar erledigt. Das ist schon mal sehr gut. Ich hoffe natürlich nicht, dass er uns jetzt von der Seite sieht. Ist ein bisschen gefährlich, aber ich muss noch warten, bis er wieder weg ist. Verdammt! So, jetzt. So, wir schnappen uns einmal die Kiste. Ich glaube aber, er sieht uns nicht, ne? Äh, so. Ich denke mal, wir müssen irgendwo da hinten längs. So, die Frage ist, da hinten ist ja auch noch irgendwas, ne? Da hinten sieht es noch irgendwie aus, als gäbe es noch einen Hühleneingang, aber ich bin mir gerade nicht sicher. So. Die laufen beide gerade in die andere Richtung, deswegen einmal ganz schnell. Äh, hallo? Hier runter. Okay. Okay. Oh, oh. Okay. Das hier sieht es ganz gut aus. Ist nur die Frage mit ihm hier. Ich könnte mir vorstellen, dass ja auch jede Menge Sachen versteckt sind, die wir looten können, aber ich will es einfach nicht riskieren, hier wieder diverse Male zu sterben. Deswegen werde ich mal tatsächlich das Ganze so machen. Und ihn mal ablenken. Oh, verdammt, er guckt in die falsche Richtung. Okay, wir warten kurz. Okay, da hinten kommt auch noch einer. Ich hoffe natürlich nicht, dass er uns sieht. Verdammt. Ich geh mal eben lieber hier runter. Wobei ich jetzt natürlich nicht sehe, ob der andere Typ wieder weg ist. Oh, der kommt. Oh, 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 oh. Gut, dass wir hier runtergegangen sind. Er geht weiter, das ist schon mal sehr gut. Jetzt nur die Frage, wo er hin geht. Er geht dann nach da oben. So, er ist weg. Und... Oh, 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 oh. Nö, gar nichts. Verdammt, und er kommt zurück Okay, nochmal runter Hat er uns jetzt gesehen? Das kann doch nicht sein Jo, mach das mal besser So, und er kommt zurück Ich hoffe, er geht jetzt auch in die Richtung Dann haben wir mich ja Wie, was? Wieso hat er uns gesehen? Wieso hat er uns gesehen? So, oh, ich wollte gerade loslaufen Mann, 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 Mann Die Frage ist natürlich jetzt, wo sind die Leute? Ich muss mal eben gucken Okay, da ist einer Und da geht gerade einer, verdammt Okay, der geht nach oben Ich habe auch keinen Topf, ne? Dass ich den mal ablenken kann So, er geht in die Richtung Wir folgen ihm Ach, da ist auch noch einer Den habe ich gerade nicht gesehen So, dann kriegst du halt mal das Messer Du kriegst das Und jetzt laufen wir Einfach laufen Ist hier eine Tür? Nein, natürlich nicht Da ist die Tür Noch nicht, Hugo Noch nicht Und sie werden uns auch nicht bekommen Oh, wow, wow Leichtfüßigkeit Okay, warte mal Muss ich mal eben gucken Okay, wir haben Was haben wir denn bisher überhaupt? Okay Okay, wir können Ressourcen sparen Angriff haben wir natürlich so gut wie gar nichts So, Bewusstsein Dank eines besseren Gleichgewinnens Bewegt sich Amicia geduckt schneller Okay Ich bin mir immer noch nicht 100% sicher Wie wir Bewusstsein und Raffinesse Leveln Aber egal Das ist ja Wir nur Hauptsache Wir sind hier durch Und gucken mal Wie wir hier weiterkommen So Hier kommen wir nicht längs Okay Ist sonst gar nichts, ne? Es stinkt so sehr Lauter Tote Nein Nein Stirb nicht Mir ist Schwindelig Nein Nicht einschlafen Bitte Wach auf Bitte Was? Nein, nein Sie kommen Amicia Beweg dich Amicia Wach auf Was soll der ganze Krach Mir nach Oh nein Soldaten Nein, nein Amicia Wach auf Sie sind auch hier Nein Sie sehen uns Was soll ich tun Ah Amicia Oh, du kannst jetzt Oh Ja 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 Komm Wir holen uns mal ein bisschen was zu knabbern Einmal Hier hoch Und Guten Appetit Ja Den nehmen wir natürlich auch noch mit Was War das echt Oh Du bist zurück Geht's dir gut? Was ist passiert? Höre ich da? Ratten? Keine Sorge Sie helfen uns Oh, was? Hey Ratten Hast du gesehen? Ratten Ja Was ist hier passiert? Sie Fressen Unsere Männer auf Vorsicht Soldaten Ich Kann nicht Ruhe dich aus Ich mach das Wie? Ich zeig's dir Oh, nice Das mag ich Das mag ich So Holen wir uns doch nochmal ein bisschen Ein Nachtisch Was ist los? Wie bloß Was ist los? Antworten Bist du das? Sie Tun dir nichts Äh Ist hier noch jemand Den wir anknabbern müssen? Ich glaube nicht, ne? Nö, ich glaube nicht Geschafft Was war das? Hast du wirklich? Ja Kannst du aufstehen? Ich muss Ruhig Los Gehen wir Hast du sie wirklich? Beherrscht Ja Ich Darf sie Benutzen Na gut Gehen wir erst mal weiter Ja Ja, ich find das Ich mag das Ich mag gerne Ratten Steuern Das ist Ich hätte das schon Viel früher gerne gehabt Ich hätte das schon gerne In Teil 1 gehabt Aber Ja, nur gut So, ich würde sagen Bevor wir weitergehen Machen wir einmal hier Schluss Und Gucken beim nächsten Mal Wie wir hier Durch die Ratten kommen Kann ich die aber jetzt Steuern Aber ich kann sie nicht Wegsteuern, ne? Oder? Ne Okay Ich muss irgendwie gucken Wie ich die anderweitig Beseitige Alright, Leute Vielen Dank fürs Zusehen Und ich wünsche euch noch Einen schönen Tag Vergesst mir den Daumen nicht Und Wir sehen uns beim nächsten Mal Macht's gut Tschüss